Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News vom 07.06.2019 Jo Leute, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann könnt ihr gerne mal auf Abonnieren drücken, die Glocke aktivieren und einen Daumen nach oben lassen und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Jo, der erste Shop nach dem Update. Gucken wir mal rein. Endlich, endlich ist mal was Neues da. Meine Gebete wurden erhört. Gewitter, Blitz und Sturmauge. Natürlich passend zu dieser neuen Sturmgranate. Ja, mega geil. Fangen wir mal hier auf der rechten Seite mit dem Eisbrecher an. Und der Eisbrecher kriegt von mir ein Voting von 6 von 10. Hat hier ein Voting von 3,95 von 5 bei 40 Votes am 16. Januar 2018 das erste Mal drin gewesen, seitdem 32 Mal. 102 Reminders. Das letzte Mal im Shop vor 19 Tagen am 19. Mai. Der Wellengang. Ganz grausames Ding. Davon kriege ich Kopfschmerzen. Ich finde den ganz, ganz schrecklich. Für 500 V-Bucks. Das Teil kriegt von mir nur 5 von 10. Ich finde den ganz, ganz schlimm. Der Flux hat hier ein Voting von 3,75 von 5 bei 12 Votes am 19. Januar 2019 das erste Mal drin gewesen, drei Mal seitdem 11 Reminders. Das letzte Mal vor 72 Tagen am 27. März 2019 das erste Mal drin gewesen, seitdem 16 Mal 24 Reminders. Der Elektro-Swing. 10 von 10 für 500 V-Bucks. Das ist ein toller Emote. Und da haben wir hier ein Voting von 4,72 von 5 bei 109 Votes am 22. Oktober 2018 das erste Mal drin gewesen, elf Mal seitdem 565 Reminders. Das letzte Mal vor 9 Tagen im Shop am 29. Mai. Führer. Die Barbarin hier. Ich persönlich auch hier hinten finde ich das mega geiler Teil. Fühlt mir sehr gut, Führer. Auch hier unten da, hier diese Totenschädel da dran. Kriegt von mir 8 von 10. 9 von 10 kriegt die Führer von mir. Hier ein Voting von 3,5 von 5 bei 24 Votes am 18. Januar 2019 das erste Mal drin gewesen, vier Mal seitdem 19 Reminders. Sitze mal im Shop vor 80 Tagen am 19. März. Blende ich auch das mal hier unten ein. Sieht aktuell ziemlich gut aus. Ja, dann geht es hier weiter mit dem Sturmblitz. Holy Crap. 1200 V-Bucks. Alter. Die sieht geil aus. Das ist geil. Das ist mal richtig geil. Geht von mir 9 von 10 für 1200 V-Bucks. Man hat hier ein Voting von 4 von 5 bei 6 Votes jetzt schon. Mega geil. Sturm Auge. Wow. Okay, wie sieht das von hinten aus? Geil. Die kommen ja auch auf jeden Fall. 10 von 10. Storm Eye. Hammer geiles Teil. Mega fett. 4,83 von 5 bei 6 Votes. Hammer. Für 1200 V-Bucks. Blitz. Ich liebe sie aus wie so eine Star Trek-Kommandeurin da. Furchtlose Sturmkämpferin. Also da wird sie ganz gut reinpassen. Geht von mir. 6 von 10. 7 von 10. Oh, 7 von 10. Hier haben wir 3 von 5 bei 3 Votes. Jetzt schon 16 Reminders. Und dann der hier. Und das ist halt für 2000 V-Bucks der Gewitter. Holy shit. Alter, ist das geil. Das Teil ist ja mal richtig krank. 2000 V-Bucks. Mega nice. Kriegt von mir 10 von 10. Gewitter. Halt hier ein Voting von. 4,75 von 5 bei 8 Votes. Jetzt schon. Hammergeil. Yo. Wenn es euch gefallen, lasst mal einen Daumen nach oben. Da schreibt was in den Kommentaren. Abonniert den Kanal. Und schreibt es mal an, wenn es wieder heißt. Von Night Deadly Shop. Bis mit mir. Wenn jemand gleich schaut rein. Macht's auch ein bisschen. Tschüss. 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 Tschüss.